Ich habe heute dem Bundeskabinett drei Gesetzentwürfe und eine Verordnung zur Entscheidung vorgelegt und freue mich sehr über die Zustimmung. Damit haben wir im Übrigen 16 Gesetze in den letzten 16 Monaten im Bundeskabinett im Bereich von Gesundheit und Pflege verabschiedet. Davon sind sechs bereits auch in Kraft getreten. Die anderen befinden sich noch im weiteren parlamentarischen Verfahren. Bei diesen drei Gesetzen handelt es sich um ein Gesetz zur Masernimpfung, Apotheken. Es geht um den medizinischen Dienst der Krankenkassen oder auch Krankenhausabrechnungen. Das sind ganz unterschiedliche Themen, die vielleicht im ersten Moment nicht alle was miteinander zu tun haben. Das haben sie aber, wenn man genau hinschaut, weil es im Kern darum geht, ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger, für die, die im Gesundheitswesen tätig sind, im Alltag einen Unterschied zu machen und vor allem sicherzustellen, dass wir eine gute, eine qualitativ wertvolle, eine umfassende Gesundheitsversorgung haben und dass Staat in dieser Kernaufgabe von Gesundheit und Pflege auch funktioniert. Beim Masernschutzgesetz geht es darum, dass wir zu einer verpflichtenden Impfung kommen für Kinder, die in den Kindergarten gehen oder in die Schule, in Gemeinschaftseinrichtungen oder auch beim medizinischen Personal in Krankenhäusern. Niemand sollte bei uns in Deutschland noch an Masern erkranken müssen. Masern sind eine höchst ansteckende Krankheit, die einen sehr, sehr bösen Verlauf auch nehmen kann, bis in seltenen, aber zu häufigen Fällen bis hin zum Tod. Und es gehört im Übrigen auch zu meinem Freiheitsbegriff, wenn ich dann öfter auch eine Diskussion rund um die Freiheit und die Unversehrtheit des eigenen Körpers höre. Ja, das muss man abwägen. Aber ich finde, es gehört zur Freiheit eben auch mit dazu, dass ich mich in einem Raum, wo ich mit anderen bin, in einem Flugzeug, in einem Zug darauf verlassen kann, dass mich andere nicht unnötig gefährden. Und eine Maserninfektion jedenfalls wäre eine unnötige Gefährdung, weil es eben einen sehr, sehr sicheren Impfstoff gibt. Und wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, vor unnötigen Infektionen schützen. Zudem, auch darauf will ich hinweisen, weil mir das sehr wichtig ist, haben wir im Gesetz vorgesehen, dass in Zukunft die Krankenkassen mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammenarbeiten und kooperieren sollen, um in den Landkreisen und Städten wieder möglich zu machen, was vielleicht viele der Älteren noch aus ihrer Kindheit kennen, nämlich dass es Reihenimpfungen in den Schulen geben kann, als freiwilliges Angebot etwa auch gegen Tetanusdifterie oder Keuchhusten, sodass Krankenkassen dort eine organisatorische und finanzielle Mitverantwortung übernehmen.